Ahoy liebe Campingfreunde zu einem neuen Video auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ihr habt es gelesen, es geht ein bisschen um Feintuning. Wir haben den Wagen jetzt schon ein paar Monate und wir würden sagen, die Ersteinrichtung war schon mal in Ordnung, aber wie jedes Wohnmobil braucht man seine eigene Note. Und was wir genau gemacht haben, das gibt es nach dem Intro. Wir sind reingegangen und hatten gleich unsere erste Diskussion, wie war das mit dem Radio, was wir da für eine Marke haben. Und apropos Radio, wir befinden uns hier in der Fahrerkabine in einem klassischen Fiat Ducato 7, müsste das ja im Endeffekt noch sein. Baujahr 2021 wurde er gebaut und wir werden wir dann Gott sei Dank 2021 bekommen. Was haben wir verbessert? Als erstes ganz wichtig, das Radio. Wir haben hier ein vernünftiges Radio eingepackt, was Apple CarPlay hat und zwar Wireless. Und es ist das ILX705, richtig cooles Teil. Hat das einer an einem Mäckchen schon gehabt, aber nach dem Update funktioniert alles wunderbar, weil Problem sind diese kleinen Scheißerchen. Wenn die nämlich ein Update haben, kann es sein, dass das Radio nicht funktioniert. Kennt ihr auch alle. Es war eine gute Investition, das Ding auf jeden Fall zu kaufen. Und wo wir gerade das Handy hier haben, haben wir oder hat Stefan im Internet diese tollen Handyhalterungen geschafft. Und das ist so wunderbar. Wir haben dieses Induktivladen, das heißt hier hat er jetzt ein Kabel so lang gelegt, eine 3 Volt USB, 3 Ampere. Gut, dass Stefan ein bisschen von Technik Ahnung hat und ich ja nicht. Auf jeden Fall. 3 Ampere Ladesäule, das heißt hier können wir das laden, hier theoretisch auch. Hat nicht so viel Power beide zu laden, deshalb nutze ich das einfach nur für mich als Handyhalterung. Je nachdem welche Hülle man hat, hält das direkt. Sonst gibt es aber bei dem Ding so ein Bobbele. Funktioniert. Klebt man auf. Klebt man einfach drauf auf die Hülle und es ist Perfektometer. Ich muss ab und zu auf mein Schausbüchern gucken, weil wir haben so viele Sachen verbaut in den ganzen Jahren. Alter Falter. Darüber haben wir schon mal was berichtet und zwar hat Stefan hier Lüfter eingebaut. Das kann man jetzt hier nicht sehen, weil natürlich hier nur so die Sachen sind. Gibt es auf jeden Fall auf unserer Internetseite. Da haben wir was auf jeden Fall eingerichtet, also gezeigt, was wir da genau gemacht haben. Das ist dafür da, damit die Kamera, die hier drin ist, bei feuchtem Wetter schneller auslüftet. Also dass es da trocken wird, weil sonst hat man Probleme, dass man diese Assistenzsysteme nicht nutzen kann. Ja, dann ist jetzt hier so ein Spiegel dran. Ich weiß bis heute nicht, warum Stefan diesen Spiegel haben will, aber er wollte den unbedingt haben. Also kann ich hinten raus gucken. Dann hat er den bekommen. Ja, was wir noch gemacht haben, ist dieses im Skyview. Wir haben hier dieses wunderbare Rollo und das klappert ein bisschen. Das verzieht sich und Stefan hat hier solche Filz eingesetzt und damit klappert es nicht mehr so stark. Muss man immer wieder nachjustieren. Wir sind in einem Fahrzeug, was natürlich lebt, was sich bewegt und dementsprechend kann es sich immer wieder mal neu verziehen. Das ist aber so. Und ja, da kann man nicht meckern, da kann man nur was umsetzen. Und wie habe ich so schön gesagt, es ist immer gut, Stefan an Bord zu haben. Der repariert sowas. Falls ihr den bestellen wollt. No way. Keine Chance. Gebt nicht. Ihr könnt ihn treffen, ihr könnt ihn mit Essen bestellen, aber bestellen gibt es nicht. Und jetzt gehen wir in die Dinette und Stefan erzählt euch da, was wir da alles gemacht haben. Wer Iris und Uwe von Iris und Uwe Bomo Welt kennt, der weiß natürlich, dass die das gleiche Fahrzeug haben und die haben im Prinzip den Tisch noch etwas anders, wie wir ihn haben. Bei uns ist er im Prinzip ab Werk einfach nur einmal justierbar, dann geht er im Prinzip nicht mehr weiter. Bei Iris und Uwe ist es allerdings ein bisschen anders, dass die nämlich auch noch eine Viertelstellung gesetzen können. Und das haben wir hier nachgerüstet. Ich habe einfach das Teil einmal auseinander genommen, habe dort zwei Löcher gebohrt. Einmal auf der Seite, einmal zu der anderen Seite. Und gut war die Kiste. So kann ich meine Arbeitsfläche erweitern und ich kann halt auch den Beifahrer besser anbinden. Meistens sitze ich da und einmal kurz herangerutscht mit dem Stuhl und gut ist die Kiste. Ja, was dieser Tisch natürlich noch für eine Funktion hat, wir haben das dritte Bett mitbestellt. Das heißt, einmal nach unten müsste man gucken. Wir können euch dann auch notfalls noch ein Bild einblenden, wenn es jetzt nicht so gut gewesen ist. Da ist halt einfach die Funktion, dass man diesen Tisch einmal eine Etage tiefer setzen kann und als drittes Bett benutzen kann. Gibt noch Polster dazu. Ja, das ist aber Serienausstattung nur halt als extra mitbestellt für uns halt ein bisschen optimiert. Ansonsten haben wir uns hier oben natürlich noch ein bisschen das Bodenlicht gemacht. Wir haben hier noch so einen Leuchtturm. Den habe ich auch mit Klett befestigt, damit er im Prinzip dort hält und nicht runterfällt während der Fahrt. Auch der Elch hier, der ist oben mit Klett befestigt, dass man den nochmal abnehmen kann. Naja, eine kleine Fahne noch dazu. Marcel hat seine Bücher da oben. Und ansonsten haben wir auch die Ablage für sämtliches Stromzubehör. Aber da kommen wir später noch zu. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Thema Strom an. Das Herzstück dieses Fahrzeuges, der Stromanlage, ist natürlich bei uns eine Lithiumbatterie. Wir haben die Liontron Lithiumbatterie mit 200 Amperestunden genommen. Die passt komplett einmal unter dem Beifahrersitz. Da können wir euch nochmal ein Foto zu einblenden. Dort haben wir halt alle möglichen Systeme dann angeschlossen. Also das heißt, das ist die Aufbaubatterie. Die alten Batterien sind natürlich beide rausgeflogen und haben uns natürlich damit auch ein bisschen, wie soll ich sagen, Gewicht erspart. Ich glaube so ungefähr 15 Kilo haben wir uns erspart. Und 15 Kilo ist dann doch schon mal 15 Liter mehr Wasser, zum Beispiel. Ansonsten ist unter dem Beifahrersitz jetzt im Prinzip an der Stelle, wo die Batterie ist, auch da versuchen wir mal ein Foto einzublenden, ein Wechselrichter reingekommen. Den Wechselrichter kann man hier an der Seite ein- und ausschalten. Da gibt es einen Schalter zu. Und ja, was ist da noch so drin? Die nettechnisch haben wir dann im Prinzip noch die Steckdosen reingebaut. Ja, Marcel wird das mal zeigen. Einmal 12 Volt, einmal USB natürlich eine Doppeldose und noch eine 230 Volt Dose. Und diese 230 Volt Dose wird ausschließlich mit dem Wechselrichter betrieben. Das heißt, dort können wir unseren Strom ziehen, wenn wir denn hier was haben. Wir haben, wie man gesehen hat, noch eine Verdopplung, also eine Dreifachdose dort angebaut, um halt ein bisschen mehr, ja wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Geräte anschließen zu können. 400 Watt hat der Wechselrichter, reicht vollkommen aus. Und was auch noch unter dem Beifahrer, unter dem Fahrersitz verbaut ist, ist der Laderegler für die Solaranlage. Die befindet sich natürlich auf dem Dach. Das sind 200 Watt, also auch eine ganze Menge. 250 Watt, genau. Mein Off sagt gerade, natürlich ist es falsch. Also 250 Watt haben wir hier auf das Fahrzeug draufgekriegt. Das sind so eine Hochleistungspaneele, die sehr flach sind. Können wir euch auch nochmal ein Foto zu einblenden. Die Videos mit den Einbauten und so weiter, werden euch immer mal mit eingeblendet. Das heißt, ihr könnt euch diese im Detail nochmal anschauen, wenn ihr da Interesse habt, was nachzubauen zum Beispiel. Auch in der Schaltzentrale haben wir ein paar Optimierungen gemacht. Unter anderem haben wir natürlich die Klappe hier weggenommen, die hier während der Fahrt etwas rumklappert. Das hat uns gestört, also haben wir gesagt, brauchen wir nicht, ist egal. Wir haben den Batteriewächter noch eingebaut. Das heißt, wir haben da so ein Monitoring-System. Aktuell werden wir mit 3,5 Ampere geladen. Das heißt, die Solaranlage arbeitet super, ist bewölkt, reicht vollkommen aus. Ja, USB-Dosen haben wir noch nachgerüstet. Und zwar im sämtlichen, in dem gesamten Fahrzeug. Das gehen wir jetzt einfach mal durch. Einmal haben wir hier eine schaltbare USB-Dose nachgerüstet. Die ist dann angeschlossen mit dem Hauptschalter. Und das sind alle USB-Dosen bei uns hier im System. Alle über den Hauptschalter, sprich alle über den Schand, also ne, Schand nicht, wie heißt das, Schaut, über das Schaut-System. Also es ist ja der Schaltkasten sozusagen und der schaltet dann alle USB-Dosen frei. Das heißt, wenn ich ausmache, dann ist das Ding auch aus, obwohl ich den Schalter vielleicht nicht ausgemacht habe. Schauen wir uns noch mal weitere Dosen an. Wir haben hier in der D-Net noch eine. An der Stelle. Hier haben wir auch im Prinzip jetzt gerade was angeschlossen zum Laden. Man sieht es halt oben. Und auch unser Netgear-Router ist dabei. Ja, der funktioniert natürlich auch da drüber. Und das ist halt eine gute Position. Dann haben wir ja gesagt, unter der D-Net haben wir schon eine Dose. Eine USB-Dose. Und wir haben natürlich auch noch hinten was eingerüstet. Das zeigen wir euch jetzt. Man könnte sagen, ich habe es mir im Bett gemütlich gemacht. Auch hier hinten haben wir natürlich eine Doppeldose USB. Nachgerüstet. Was wir an Sicherheitstechnik noch drin haben, ist unter anderem ein Rauchmelder. Der befindet sich dort oben links auf der Seite. Und wir haben noch einen Gaswarner. Den haben wir in der D-Net vergessen. Den zeigen wir euch jetzt noch kurz. Da es gerade im Winter immer sehr dunkel ist, sind wir froh, dass wir viele, viele Lichter haben. Aber dieses viele, viele Licht zieht auch extrem viel Strom. Und irgendwann haben wir überlegt, sagen wir mal, brauchen wir wirklich dieses ganze Licht? Wenn wir hier zum Beispiel mal einen Film gucken, ist doch viel zu hell. Und da hat Stefan auf meine Anordnung hin sich eine super Idee einfallen lassen. Und zwar ein bisschen mehr indirektes Licht und ein bisschen mehr schaltbares Licht. Angefangen hier im Movetop. Für euch, wir haben jetzt alle Schalter angemacht. Das ist jetzt volle Beleuchtung, die hier möglich ist. Und allein das hier. Das sind vier Spots, die wir eigentlich gar nicht haben wollen, wenn wir dieses Ambiente Licht haben. Deshalb hat Stefan hier einfach einen Schalter angebaut. Klicke, die klack. Licht ist aus. Dann hier. Braucht kein Mensch das Licht, weil wir wollen die indirekte Beleuchtung haben. Also auch hier einen Schalter an. Oder wir brauchen hier für die Küche nur mal extra Licht. Oder halt brauchen kein Licht. Auch dort ist ein Schalter. Und jetzt muss ich gerade überlegen. Dann haben wir eigentlich alle Lichter. Das heißt, jetzt kann ich ein bisschen was ausmachen, um zu gucken. Jetzt haben wir, versuchen wir hier Stück für Stück. Das ist zum Beispiel jetzt die Beleuchtung, die wir manchmal nur haben wollen, dass hier diese beiden Streifen sind. Mit einem Schalter haben wir das. Das ist wirklich nur noch, dass hier leuchtet, so wie wir das haben wollen, ohne dass jetzt dieses Küchenlicht. Weil das ist standardmäßig dann immer mit an. Das wollen wir aber dann nicht. Oder halt wörtlich, das muss ich gucken, das ist es. Einfach nur beim Fernsehgucken. Nur das, weil... Das ist der falsche. Was haben wir denn dafür jetzt, finde ich? Achso, das ist dieser Randung hier. Da muss ich den großen anmachen. Dann machen wir den großen an. So, haben wir wieder Ambiente-Licht. So viel Ambiente-Licht. Aber dann wäre halt dieses Licht mit dabei. Und, entschuldige, wir wollen Ambiente. Das ist so was Schönes. Und jetzt mache ich hier alles aus, um Strom zu sparen. Nicht, dass wir gerade Licht von der Sonne hätten. So, was haben wir noch? Ja, das ist das Lichtkonzept hier vorne. Wir haben aber auch hinten ein ganz neues Lichtkonzept gemacht, was es so am besten on top gehen würde. So, das Lichtkonzept hinten, kennt ihr wahrscheinlich auch in anderen Malibu-Fahrzeugen. Es ist im Dunkeln, oder beziehungsweise wenn es dann nachts ist, sehr hell, wenn alle Spots angehen. Und das ist doch sehr unangenehm, auch wenn man sie einzeln schalten kann. Dann schaltet man die Dinger halt aus. Ja, aber im Endeffekt ist immer noch ein so ein heller Spot dabei, der doch im Dunkeln einfach zu hell ist. Wir haben uns jetzt Gedanken gemacht. Wir haben den Schalter im Endeffekt in zwei Teilen unterteilt. Vielleicht sieht man es jetzt gerade. Er ist sozusagen doppelschaltbar. Da gibt es normalerweise nur einen Schalter. Und dieser eine Schalter schaltet noch zusätzlich ein indirektes Licht. Und zwar das Übermir, wenn man das da oben sehen kann. Das ist jetzt das Licht, was wir im Prinzip nachgerüstet haben. Einfach ein indirektes Licht. Und so ist es halt schöner im Dunkeln oder in der Nacht, wenn man dann halt mal raus muss oder so. Dann hat man halt nur ein indirektes Licht. Es blendet nicht gleich so. Und ja, es ist auch übrigens, wenn man vorne sitzt und Fernsehen guckt und so weiter, hinten das Licht anzumachen, auch eine super Sache. Weil es halt einfach ein angenehmes, indirektes Licht von hinten noch ist. Was soll man sagen? Jetzt haben wir ein dickes Problem. Der Malibu hat hinten rechts in der Ecke, wo jetzt im Prinzip unsere ganzen Stühle und Materialien vor sind, hat er ein Licht. So, kommen wir also nicht ran. Was habe ich gemacht? Ich habe es mir so überlegt, dass ich sage, okay, ich baue hier einen Schalter hin, ziehe hier eine Leitung raus und mache ein Licht hier rein. Eine Lichtleiste, wo ich die einschalten kann, wenn im Prinzip die Tür aufgeht, dass das Licht auch automatisch angeht. So habe ich gleich für das Ladesystem auch noch ein zusätzliches Licht und kann halt hier hinten im Dunkeln auch gut werkeln. Das Ganze ist natürlich schaltbar. Das war es vorher auch. Aber da hinten immer reinzukommen mit der Lampe, das war einfach nichts. Und wir haben gesagt, wir bauen uns hier eine LED-Leiste rein. Okay, wir hatten eben das Schienensystem oder beziehungsweise das Ladesystem noch erwähnt. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal bleiben wir noch beim Licht. Und zwar hier auf dieser Seite haben wir noch ein Licht nachgerüstet, nämlich eine Regenrinne. Die Regenrinne sorgt dafür, dass wir im Prinzip hier die Möglichkeit haben, dass es nicht gleich alles, das Wasser reinläuft und hier runterläuft. Oder dass man da halt gleich klitschnass wird. So kann das Wasser in die Richtung ablaufen und sie hat gleichzeitig ein Licht mit drin. Das Licht ist steuerbar über einen Schalter bzw. einen Ferntaster. Die Fernbedienung ist im Prinzip so eine. Man kann das Ganze einschalten und man kann es dann dementsprechend noch dimmen, wenn man das möchte. Dann kann man das halt so ein bisschen im Dunkeln ein bisschen angenehmer gestalten. Oder halt, wenn man mal richtig viel Licht braucht, dann dreht man es einfach richtig auf und schon hat man ordentlich viel Licht. Damit wir nicht nur im Innenraum gutes Licht haben, haben wir auch dafür gesorgt, dass der Ducato ein bisschen aufgerüstet wird. Nämlich mit LED-Licht. Es gibt zugelassene LED-Lichter von Osram. Dazu haben wir drei Videos schon mal gemacht. Wir verlinken euch da oder vier Videos sogar. Wir verlinken euch dort mal was. Und da könnt ihr euch das mal ansehen. Da gibt es einen Vergleich, ein Einbau-Video und natürlich auch noch ein Fazit-Video. Wie sind die Scheinwerfer eigentlich so? Wie finden wir die? Und von diesem Licht aus gehen wir nochmal zur Trittstufe. Denn auch unsere Trittstufe hat ein Licht bekommen. Wenn man denn mal hier oben den Schalter nicht sofort griffbereit hat, um die Regenleiste einzuschalten, kann man im Prinzip das Ganze hier drüber steuern. Und schon haben wir hier auch Licht mit dabei. Dieses Licht ist im Endeffekt einfach an die zentrale Lichtkonzept des Ducatos mit angebaut. Das heißt, ich schließe den Wagen auf. Wenn ich den Lichtschalter eingeschaltet habe, schließe ich den Wagen auf. Das Licht geht an. Die Tür geht auf. Das Licht geht an. Und wenn es nach einer Weile an war, dann geht es auch wieder aus. Und die Trittstufe haben wir natürlich auch noch optimiert. Es gibt ein ätzendes, quäkendes Geräusch, was wir nicht so gut finden. Wir fanden es besser, wenn die Trittstufe gleich den Einfahrmechanismus lossetzt. Also haben wir gesagt, wir bauen sie um auf Automatik. Sie ist jetzt im Prinzip, wenn der Motor gestartet wird, eine Kontrollleuchte, die wir vorne im Instrumententafel haben. Blenden wir euch mal ein Foto ein. Und wenn sie dann eingefahren ist, geht diese Leuchte raus, aus sozusagen. Und ja, im Prinzip, wenn man die Zündung startet, oder beziehungsweise nicht die Zündung, sondern den Motor startet, dann fährt diese Trittstufe automatisch ein. Kontrollleuchte ist einfach nur dafür da, falls sie irgendwann mal blockieren sollte oder sowas, dass man sieht, dass die Trittstufe noch nicht eingefahren ist. Also einfach eine Kontrollleuchte. Wie alle Sachen, die wir euch hier vorgestellt haben, gibt es sehr, sehr, sehr viele Videos auf unserem Kanal. Sie sind einzeln eingeblendet oder halt unten in der Infobox, wie zum Beispiel das mit der Trittstufe. Gibt es ein eindeutiges Video dafür und schaut euch das einfach mal an. Ist eine super Sache, haben wir von den Einwanderern gehört, dass sie das nachgebaut haben. Bei Malibu leider Nachbauzwang, weil gibt es leider nicht am Werk. Vielleicht aber irgendwann. So, wir haben natürlich ein paar Goodies auch hier in diesem Wagen hinterlegt, weil wir uns das ja einfach heimelisch machen wollen. Und da fällt natürlich auch hier, ist so ein magischer Haken. Den haben wir natürlich auch hier. So der Standard, wenn Stefan nach Hause kommt, dann wird das da hingemacht. Hier haben wir so einen Clipper. Oder halt hier vorne am Kühlschrank dran. Apropos Kühlschrank, wo wir das gerade haben. Wir haben es geändert. Ich gehe jetzt gerade hinter Drehbuch, Stefan ist irritiert. Wir haben hier nämlich eine weiße Front. Normalerweise sieht der Kühlschrank so aus wie hier unten. War uns irgendwie zu dunkel. Falls du das Licht anmachen willst, ist der falsche Schalter. Musst du mit dem Fuß was anders machen. Genau, wirklich. So, auf jeden Fall, es hatte die Farbe hier unten. Das war sehr dunkel. Und dann haben wir das gesehen, eigentlich, ach, hier gibt es so eine tolle Folie. Die hat Stefan hier drüber gemacht. Jetzt ist es schön weiß. Und wo wir beim Thema sind, also nicht nur optisch haben wir es gebessert, sondern wir haben auch die Kühlleistung optimiert, indem Stefan dort hinten da drinnen, das können wir jetzt nicht wirklich sehen per Kamera, aber gegebenenfalls machen wir ein Foto, ist nämlich noch ein zusätzlicher Lüfter. Denn bei ca. 30, 35 Grad ist auch der Kompressor-Kühlschrank im Dauerzustand. Und das kann man mit so einem Abluftlüfter, kann man das schon so nennen, eindeutig verbessern, dass die warme Luft da rauskommt. Dann, Stefan hat sich gerade wieder hingesetzt. Pustekuchen, er kann sich wieder bewegen. Und zwar haben wir hier einen Temperaturanzeiger. Wir haben einen hier für die Innenraumtemperatur. Dann haben wir einen für die Außentemperatur und hinten am Wassertank haben wir auch so eins. Alles über Apps steuerbar, richtig coole Sache. Haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, bei Kai von Travel Camping Living abgeschaut. Ihr merkt schon, YouTuber schaunt alles von aneinander ab. Was haben wir noch verbaut? Ich zeige es mal jetzt nur hier dran, denn hier steht der Truma iNet Ready dran. Wir haben natürlich eine Truma iNet Box hinterlegt und auch die Level Control. So können wir über die App einfach sehen, wie der Gasstand zum einen ist. Und du kannst über App steuern, dass die Warmwasser angemacht wird oder dass die Heizung angemacht wird. Leider, im Dieselfahrzeug kann man nicht die Temperaturen kontrollieren. Das ist schlecht, aber Truma ist da an was machen. Vielleicht können wir euch bald schon was dazu berichten. Ja, WLAN-Ruder hat Stefan schon mal gezeigt. Den haben wir natürlich auch. Und jetzt gucke ich noch, was haben wir noch? Ostraum haben wir erzählt, ja, am Unterschrank. Jetzt hört es wieder interessant. Ich glaube, Stefan, du musst mich gleich ein bisschen heller machen. Also keinen Cut und dann machst du mich heller. Jetzt arbeiten wir stark mit Fotos, weil es einfach zu dunkel ist. Und das kriegen wir sonst mit der Kamera nicht hin. Ja, wir haben hier so eine alte, wie nennt sie das, Duschfornstange. Die hat Stefan so gekürzt, dass sie perfekt einmal hier reinpasst. Wenn wir im Winter unterwegs sind und es regnet, alles etc. Nehmen wir die Stange, packen die ins Bad rein und können wunderbar mit ganz typischen Kleiderhaken unsere Kleidung anhängen. Und hinten hat er so ein kleines Beutelchen zusammengeschnitten. Da haben wir nämlich unseren wunderbaren Akkusauger, der perfekt für das Wohnmobil gedacht ist. Also hier können wir alle sauber machen. Das hat er hier noch eingebaut. Perfekte Sache. Ein tolles Goodie, kann man so sagen. Und nun, was haben wir nun noch? Ja, Toilette. Natürlich. Der typische Fehler. Kommen Sie mal mit. Und zwar da unten. Wahrscheinlich seht ihr es nicht ganz so gut, aber sieht man es? Weiß ich nicht so genau. Wir blenden zum Not ein Bild ein. Auf jeden Fall haben wir natürlich den Sog verbaut. Die Unterboden-Variante, das heißt, wenn man hier drauf sitzt, dass gewisse Gerüche halt weggezogen werden und dass wir auf eins verzichten können und zwar auf Chemie. Das brauchen wir nicht. Sonst noch dazugekommen ist hier so eine Duschhalterung, weil ich brauche die ganze Höhe und dann ist die Duschhaltung an der Position leider für mich nichts. Ein bisschen höher gesetzt, Fenster offen und schon kann ich perfekt in diese Malibu duschen. Weil dieses Konzept, dieses Raumbad, wunderbarer Raffteile. Ja, und dass wir es noch so haben, das sagt euch Stefan jetzt. Hier an der Tür noch eine kleine technische Raffinesse. Gesehen natürlich bei Iris und Uwe. Die haben das als erstes schon vorgestellt. Wir sind es auch leid gewesen, die Tür immer wieder zuzuschlagen. Wir setzen die jetzt einfach nur noch ran. Sie ist nicht ganz zu und sie wird mit einem Anziehsystem sozusagen rangezogen. Und das ist auch das System, was Iris und Uwe verbaut haben, nämlich von AST, also von AST. Okay, ja und wir gucken uns jetzt nochmal hinten die Heckgarage an, nämlich das Packsystem. Unser Ordnungssystem in der Heckgarage, muss ich sagen, ich liebe es wirklich. Wir haben halt alles dabei, was wir brauchen. Hier hinten die Schläuche und so weiter. Wir haben hier noch Krimskrams, die Ladegeräte für die Roller. Ja und im Prinzip alles, was man noch an Werkzeug natürlich auch mal braucht. Das Ganze ist halt einrastbar und verbaut in dem System hier mit drin. Und unten haben wir natürlich unseren Roller noch dabei. Das ist halt eine super Sache. Diese Schienen, die können 120 Kilo ab. Die Roller insgesamt wiegen glaube ich so um 50, 60 Kilo. Und dementsprechend passen die gut darauf, ohne dass sie halt abbrechen oder sowas. Ich finde dieses System super. Und so kann man ganz bequem die Roller auch raus und reinnehmen. Genauso wie an die ganzen Zubehör, was man alles so braucht. Kommt man sehr gut ran. So, nachdem wir das diskutiert haben, Aufsteller ja oder nein, hat Stefan entschieden für nein, damit die Endszene nicht so lang wird. Genau. Wir haben euch jetzt eigentlich alles das gezeigt, was uns auf Anhieb eingefallen ist. Was wir an Feintuning hier in unserem Malibu Van 600 GT reingebaut haben. Das Grundfahrzeug gefällt uns sehr. Hat seine Mankos auf jeden Fall. Das hat aber zur Zeit leider jedes Fahrzeug, wo wir hinhören. Dazu gibt es vielleicht irgendwann mal ein Video. Nach zwei Jahren könnte das glaube ich sein, wenn die Garantie abgelaufen ist. Was mussten wir alles machen. Mir fällt gerade ein, was wir noch geändert haben, ist der Türknauf von der Bat-Tür. Ja, das blenden wir nochmal ein. Das haben wir nämlich gerade auch noch geändert, weil dann sind wir immer in den dicken Knaufhänger geblieben. Das war auch nicht so schön. Und bei der Trittstufe haben wir auch noch eins vergessen. Wir haben den Schalter umgeswitcht. Jetzt ist das ganz typisch so, rein und raus, so wie es reingeht und rausgeht. Instinktiver sozusagen, so wie die Trittstufe läuft. Aber dazu gibt es ja gesonderte Videos. Wie allgemein viele Videos habt ihr schon immer im Einzelnen gesehen. Das ist jetzt das komplette Package, was wir alles gemacht haben. Jedes einzelne, was wir hier verbaut haben und was im Internet bestellbar ist, gibt es in der Videobeschreibung bzw. auf unserer Internetseite kreuzfahrtcamper.de und auch dort sind die Videos, die wir haben, soweit wir was da gedreht haben, auch mit verlinkt. Genau. Das heißt, ihr habt theoretisch jetzt viel Vorbereitung auf den Caravan-Salon in Düsseldorf. Wie gesagt, da soll es auch Neuheiten geben. Welche Neuheiten dann vielleicht in diesen Wagen reinkommen, das entscheidet sich dort. Und mal gucken, ob es irgendwann ein Feintuning 2.0 geben wird. Das schauen wir uns dann mal an. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund und dann sehen wir uns schon bald wieder bei einem neuen Video von unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020